Hallo zusammen, wir zeigen top ausgezeichnete Produkte aus der Fahrradbranche, die sich durch besonders hohe Qualität und besonders hohe Qualitätsansprüche auszeichnet. Und in dem Fall ein Office Bag von Ortlieb. Man sieht heutzutage kaum noch, dass es sich um eine Fahrradtasche handelt, sondern das ist eine wirklich schöne Bürotasche, mit der man problemlos durch die Gegend fahren kann, aber die man auch sehr gut mitnehmen kann und über die Schulter hängen kann. Komplett wasserdicht, selbstverständlich, sehr wichtig für eine Fahrradtasche, mit dezenten Reflektorstreifen. Die ganze Tasche hat ein Volumen von 20 Liter und hat einige Funktionen, die ich jetzt hier auch nochmal zeigen will. Vielleicht nochmal eins, was ich wichtig finde bei so einer Tasche ist, das habe ich ja nun lange, so ein Produkt. Das ist nicht billig und ich möchte das ja auch einige Jahre benutzen. Von Ortlieb gibt es dafür fünf Jahre Garantie und eine zehnjährige Garantie für die Ersatzteilversorgung und das ist mit Sicherheit eines der wesentlichsten Kriterien für eine vernünftige Nachhaltigkeit bei solchen Produkten. Die Tasche selbst, in super geräumig ausgestattet, mit einem extra Notebookfach über die gesamte Breite, innen auch nochmal einige Staufächer für Stifte, für kleinere Utensilien, damit die nicht in der Tasche rumfliegen und mit einem sehr hochwertigen und sehr schönen Stoff hier versehen, auch mit so einem Ortlieb-Logo da nochmal da drin. Von innen also Raumaufteilung, schon mal wirklich klasse. Aluminium-Schnallen hier, Druckguss-Aluminium, die ich sehr einfach bedienen kann und zumachen kann vorne. Die Tasche selbst kann problemlos auf jeden Gepäckträger befestigt werden. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist das Quick-Lock-System, wie man es hier sieht, Quick-Lock 2.1. Bei dem System bleibt die Schiene auch beim Tragen, wenn ich die Tasche abmache vom Gepäckträger, komplett an der Tasche dran. Ich habe aber die Möglichkeit bei Quick-Lock etwas schwer. Aber problemlos ohne Werkzeug auf jeden Fall möglich. Den Abstand jeweils der Halter zu variieren auf dieser Schiene und kann dann wieder zumachen. Hier unten wird die Tasche nochmal fixiert am unteren Rohr vom Gepäckträger, sodass die da nicht wackelt und jeweils bei Stößen vom Gepäckträger wegkommt. Wenn ich die Tasche dann abnehmen will, hier oben habe ich den Tragegriff. Kann ich einfach über diesen Zuggurt die beiden Schnallen lösen, dann habe ich die Tasche in der Hand, dann verstaue ich den Zuggurt wieder in den Tragegriff und kann die Tasche direkt am Handgriff tragen oder mit dem mitgelieferten Schultergurt problemlos auf die Schulter legen. Das Ganze wird mitgeliefert werden, solche Adapter. Das sind Adapter, wo ich dann die hintere Aufhängung auch auf unterschiedliche Gepäckträgerstärken anpassen kann, hohe Stärken beim Gepäckträger. Was es noch gibt und was wichtig ist zu wissen ist, diese Tasche kann ich auch mit dem neuen Quick-Lock-System 3.1 ausgestattet bekommen. Commuter-Bag von Ortlieb, Empfehlung vom VSF für ausgezeichnete Office-Bags fürs Fahrradfahren. Das ist ein sehr vieles, das ist eine schöne Gepäckträger. Das ist eine große Sache. Das ist eine kleine Gepäckträger.